ARD Text im Auftrag von Funk Ja, hi, voll Willkommen. Mein Name ist Andy Roy P. Hi, ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate! Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen, weil die Batterie lässt ein bisschen nach vom Mr. Metal Mario Master. Von seinem Controller. Ja. Gut, ähm... Nimm das Settel und bearbeite es. Jetzt passt die Musik schon wieder. Äh... Stell... So. Auf neun. Oh shit. Nimm das... Wo soll man hingehen? wenn wir palotinas tempel oder new park town sagen ich will ein richtig großer abend nehmen wir palotinas tempel wo ist er mit dort heute gibt es ein achter smash ja wenn du ich nehme meine mains doch eine meiner main so kann man nicht aufstellen ich will links einstellen die computer oder aufteilen kann ein moment moment also war ja aus und der letzte im eigenen heim ok ja alles klar dann werden wir sie lange wie lange wir überleben ja wer hier am ende gewinnt das wird die wahrscheinlich ein paar tipps hier so geht ja gott mario den stadtmärkte wo ich glaube ich werde direkt schon drei leute wir haben ja auch drei leute auf einer weise vorbei gut die kommen auch nicht los ich habe mir hier wohl lassen eine bühne aber sogar postkampf thema sehr gut jetzt bin ich jetzt gern gehabt da glaube ich egal wer am ende gewinnt wo doch versucht ich glaube wer am ende der punkte hat ne wer wären da ist jetzt so überlebt hat gewonnen ok da kann ich mir ein bisschen ist da einer wüsste ich bringen kann bis du dich wenn wir den ganzen items herzen ist da gut da ich gehe da unten ist mir action glaubt da in klinge weg und dann ist ja gegenseitig kloppen ja da gehe ich nicht runter kommt mal hier schön hoch ich bin ich wieder sind du 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 glaube ich du 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 geschaltet wenn noch andere leute merken nein nein ich will ich will ich bin jetzt nur herkommen um dich zu sehen wirst du dich wohl da bist du fliegen gegangen das war mein ziel ja mein ziel erfüllt hier frisst meine blätter und meine bomben und meine kreissägen also wer im wertenswert vor allem nicht er war untergeflogen mann nein scheiße ich bin gestorben was snake und eigentlich snake nicht auf mich ich bin da voll abseits irgendwie raketen ich habe warten so ist ja nein der sprung hat hat mich dahin gestoßen hat man ist das hier sie dem mario hin mario bist du wie tat es hört haben wir in klingen alle rennen sie irgendwie vor mir weg ich habe angst vor mir ich muss schon zu dir hinjoggen ich krieg vor die fresse aber eigentlich klingen war lauter von mir ab ich wollte es noch die werfen wieder willst du groß ich kann mich soweit bekamen damit kommersnake immer noch da etwa zu wer aber was passiert jetzt packt man los meine geister schnappt sie euch treffe behauptet doch hier wo einer muss ich doch treffen jawohl wenn da mit panzer abgeschossen ich will nicht unbedingt da unten kämpfen aber irgendwie ist da voll die action los aber sollen hat du bist du stirbst und jetzt stirb konter konnte oder auch nicht auch wo bin ich da so viel schaden schon ab 193 nimmt das ja zwei erledigt dass meine elfer doch vielleicht auch gerade irgendjemanden rufen attack am aro und mit der versicherheit ich glaube ich habe noch niemanden kälber ich war alle irgendwie erkennt ich bin der könig der welt und jetzt gehe ich wieder stürze gerne könige hat stimmt was sogar stimmt das stimmt wirklich ich habe immer bekommen das war mein ziel ich wollte die brücke kaputt machen während du darauf stehst aber auch zu fliegen aber wer ist das wofür und nein 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 geht doch nicht auf mich also ich sehe nur schmerz an kaffee ja jemand wird hatten aus eingesperrt das ist noch mal ich stehe genau da außerdem gesehen das mario ich habe irgendwas gegen mario habe ich so ein gefühl das war ganz schön doch aber jetzt hier soll ich sonst sein hallo ich stand irgendwo da gut ob das hier war gefallen hallo leute hallo leute schützt mich leute das durchgekseller weg am ende ja irgendwie von einem konter die erwischt habe ich gesucht wo land ich hier gerade bei uns mal jemand auf nein nein man macht da rein ich konnte aber aber konnte dass er gesehen er kann kann ich bin wie so sehr damit beschäftigt die anderen auf die presse zu haben eine batterie ich weiß ich kann mir nicht mal raus also auf die fresse oh shit doch greife ist ja nicht so gut wir sind alle an einer stelle war ausnahmsweise nimm das snake dafür natürlich immer raketen abgeschossen hat hat ok aber ich gehe vor auf die fresse nein nein dass mich da durch das möchten ja nein 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 aber auch 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 nicht bin ich immer noch ein leben ist von 19 hier wurde wie verben am nehmen kruchen lecker perfekt dass einer schon ganz da bin ich da jetzt noch dass ich schaden genau nicht und melinner und mario haben noch ein leben aber wir beide haben noch die meisten wer nein ok aber hat es nicht valuthena ihr wirst doch der weg hat schon wieder man mein gott nicht raus er fügt die ganze gegen die wände ha ha noch ein komm ist weg oh nein oh mein gott oh mein gott blau mario und melinda sind schon weg gar nicht bis er sich snake dann gescheitzt ist so nichts natürlich ist da jetzt um sieg war nein ich bin sicher mitten in die fresse mehr in die fresse was noch aggressiv wie möglich nach ist das gesehen nein 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 das buch war es für mich der buch war den der den punkt bei den luft ja nein was ist mir schon bescheuert irgendwie mal auch was denkt man hat schon gesagt ultimate ja genau die ultime das ist draußen klingelt dann verziehe ich baute nachdem ist meine weibung ok hh hh wohl von auch noch drei leben also ja noch zwei und wir haben das noch was noch vier ich hab da nicht von kommen gesehen ob das jetzt so bringt irgendwie gar nichts gedacht dass meiner ist untergefallen noch gott verdammt dann weg warum war ich das ich habe jetzt nicht loslassen allein ich wurde gar nicht trocken ich gehe zu den anderen da ist mehr action ja da war es ja da bin ich ich habe nicht weggeflucht wohlfahrt noch zwei leben oder bei der neuen sind sind jetzt auch stark das relaxer weg hier 121 ja tschüss tschüss wo ist eine scheiß weibung das ist meine richtig wohl sind auch wir beide durch war es ja sehr wohl alles ja wir tauschen war ich noch mal den verdammte schwerkraft das war ja richtig also verdammt nein dieses scheiß ding gut gemacht stelle ich wollte auch unter die brücke gehen das gewinnt er ja auch noch zwei mal aufhören war ja richtig aber auch und das ist ein schaden und ich bin weg von mir ja nein nein bleibt mal weg von mir ja ich habe agression ja nein was aber dann auch wer passiert war verdammt also wir haben nur noch ein leben ja natürlich ich gehe weg geh weg oh gott da oben sehe ich was schönes jetzt schon wieder geil jetzt habe ich dich aber glaube ich nicht raus und dann bist du tot wird gewinnen nein nein aber so noch genug präsentiert lebt doch noch locker künstlich weil es noch ein teil ich habe keine ahnung aber so ein angriff könnte ich raus machen so einer weg jeder sterben so scharf am sterben da tut sehr weh das schwert ja verpiss dich nein wer war das ja gg hat er auch noch gewonnen ok marius letzter sind dass man in das sechs das nächste und der paletina für der inkling dritte ist wohl zweiter bist du ich habe gewonnen wo man hätten die meisten chaos absehen ich habe 19 19 ich habe sehen wo ich ja wo ich habe 2413 schaden verursacht wie viel schaden hast du verursacht und ich glaube ich bestehen hat weiter oben da 1.690 ich habe sogar den meisten schaden verursacht rotenart oder empfehlen von 500 ich bin nochmals weiter aber ja jetzt reicht eine batterie noch mal verein noch ein achtes match da bereich sie nicht abkämpfern gleichzeitig ja ja also das war es doch was ne hätte ich noch gewonnen haben wir noch besser gewesen ja wenn du noch gewonnen hättest aber hast du ja nicht wie lange waren wir saßen jetzt dran wir waren jetzt so 24 minuten ungefähr 24 minuten das ist doch eigentlich oh gut da ratunkleidung englisch verrucke ja 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 wie klein und ein klinger sieht voll schön aus der zicke meistert ja wir scheinen aus mittel hier soll es zu sein kassel wenn ihr zwei science quest der postbote aus der legend of selda zwei leipzig kommen wurde auch noch den letzten primärgeist in ihr ja so eine pose wahre männerposen ja ich habe die ganze zeit so angelehne ja gut das war es dann für diesen part geiler 8 das match gewesen mit charakter in der stufe 9 und ich habe gewonnen dann war's ja